Ich lese den Anfang einer Erzählung aus meinem Buch Urwaldgäste. Sie heißt Die Intelligenz der Pflanzen. Arne Heim verfügt über botanische Vorbildung. Für dieses Profil gibt es bei seinem Arbeitgeber allerdings keine volle Stelle. Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Vertrieb arbeiten eng zusammen. Die Spezialisierung auf einen Teilbereich ist in der Unternehmensstruktur der Aiana GmbH nicht vorgesehen. Arne Heims Aufgabengebiet im Unternehmen erstreckt sich über die frühen Fertigungsprozesse, die Überwachung, Entwicklung und Gestaltung der Abgussvorlagen, Stanzen und Pressen, die Farbwertberechnung, Abmischung, das Erstellen von gerasterten Digitalvorlagen und die Absegnung der Produkte für die serielle Fertigung bis zum Kontakt mit den Großhändlern und Endabnehmern. Auch die Führungen durch die Produktionshallen der Aiana GmbH, an Tagen der offenen Tür oder bei berufsorientierenden Exkursionen örtlicher Schulklassen, werden abwechselnd von Heim und den beiden anderen Mitarbeitern aus Produktentwicklung, Qualitätssicherung und Vertrieb durchgeführt. Der Firmenname Aiana erklärt Heim auf diesen Führungen, bedeutet in der Sprache der Cherokee-Indianer ewige Blüte. Was Heim auf den Führungen verschweigt, weil er es selbst blöd findet und das Gefühl hätte, er würde sich damit einem sektenhaften Teamgeist wehrlos ausliefern, ist die Tatsache, dass alle Mitarbeiter von der Unternehmensführung Flörateure genannt werden. Die anderen, das hat Arne Heim im Vorbeigehen schon gehört, benutzen Konstruktionen wie wir Flörateure oder unter uns Flörateuren, wenn sie unternehmensfremden Besuchern die Arbeitsabläufe erklären. Für Heim fühlt sich das falsch an. Er glaubt an die Besonderheit der Arbeit, für die er und die Kollegen täglich am Standort erscheinen. Ohne seine Haltung in einer Diskussion mit der Unternehmensführung durch Argumente vertreten zu können, fühlt er aber dieser Besonderheit der Arbeit durch die erfundene Selbstbezeichnung Unrecht getan. Vielleicht könnte Heim sagen, weil es die völlige Eingemeindung der Arbeit in das Unternehmen bedeutet. Als wäre das Unternehmen die Arbeit und nicht nur die Rahmenbedingungen für die Arbeit, als wäre die Arbeit sozusagen vom Unternehmen erfunden worden, um im Unternehmen verrichtet zu werden. Seine Vorbildung und Basisqualifikation für die Stelle bei der Ayana GmbH erwarb sich Arne Heim durch ein Diplomstudium der Biologie mit nebenfach angewandte Botanik-Phytopathologie und eine mehrwöchige praxisorientierte Weiterbildungsmaßnahme der Bundesagentur für Arbeit im Bereich Public Relations, Marketing, Commerce and Customer Care bei der Firma Vita Prospectus, einem örtlichen Träger für Erwachsenenfortbildung. Das sprichwörtliche Aufkeimen seines Interesses für die Welt der Pflanzen datierte Heim im Vorstellungsgespräch bei der Ayana auf eine Zeit ganz früh, womit er wahrscheinlich seine Jahre als Kindergarten- und Vorschulkind meinte. Wobei er nicht hätte sagen können, wie sich das Aufkeimen der Interesse damals schon bemerkbar gemacht hatte.